Craig, fünf Monate Training und endlich begreifst du mal, worum es geht. Ehrlich? Nein, wir haben die Möhre benutzt, wir haben sie sogar lecker zubereitet. Jetzt ist es Zeit für den Stock. Du wirst fahren lernen und wenn es dich umbringt. Aber ich... ich... Ich glaube, das war gerade ein großer Durchbruch für mich. Das freut mich, Craig. Im Büro liegt sicher noch eine frische Hose für dich. Sie haben eine Ersatzhose, die werden sie aber auch brauchen. Bleib mit den Rädern am Boden. Das berechne ich dann Eltern, Craig. Prima Sache, Superstunde. Jetzt fahr bitte hier rechts ran, Craig. Ich hab noch Zeit übrig. Und ich will, was ich bezahlt habe. Gar nicht witzig, Craig. Jetzt fahren wir bitte langsamer und... Bitte, ich bin viel zu jung. Innerlich jedenfalls. Ah, gibt's einen Rabatt auf die Stunden? Oh, ich verstehe. Das ist Erpressung. Niemals. Ich hab meinen Stolz. Passt. Ja, ja, ja. Wenn es eine Sache gibt, die ich mehr hasse als Fahrstunden, dann sind es Rübel. Ich geb dir 10% auf deine extrem vielen zukünftigen Fahrstunden. Das reicht lange nicht. Also, das war doch locker, oder nicht? Eine frische Hose wär wohl angebracht. Das reicht auch viel inserden. Das ist Das left. Das ist die